Wir kommen vom Lettingen Bierhut, das ist ein Holzzelt von Bad Breyerswein. Das Besondere ist, dass da nur insgesamt fünf Häuser sind, also das ist ziemlich klein strukturiert. Und das Besondere ist halt einfach am Lettingen Bierhut, dass wir einen wahnsinnig schönen Blick ins Ammertal haben. Ich bin der Toni Unhoch. Ich bin die Elisabeth. Und ich bin die Johanna. Und unser Franziska, die ist heute in der Schule. Wir haben das Haus 2008 gekauft und haben das dann, das war eigentlich, kann man sagen, ein Rössenschlaf. Das war 40 Jahre unbewohnt. Wir haben das also in zehnjähriger, aufwändiger Renovierung hergerichtet. Wir sind dann selber 2013 eingezogen in das Haus und haben dann 2017 unsere Ferienwohnung soweit fertiggestellt gehabt, dass wir die vermieten können. Also wir haben eine Ferienwohnung. Das heißt, dass die Gäste bei uns eigentlich ziemlich für sich allein sind. Unsere Ferienwohnung hat ja den Namen Bauerngarten, weil die Gäste vom Balkon aus auf den Garten schauen können, auf meinen Hüßgarten. Wir haben einen großen Wohnraum mit einer Küche und zwei Schlafzimmer mit jeweils einem Bad. Das eine Schlafzimmer ist mit Ehebett, das andere ist mit Hochbett. Aber das unten drin auch Doppelbett bietet sich für Familien an oder eben auch zwei Paare oder dass die Oma und der Opa mitkommt. Also unsere Katja, die heißt Tiger und ich habe eine Gäste Susi und die andere, die heißt Rosi. Seit letztem Jahr ist unsere Ferienwohnung mit fünf Sternen klassifiziert. Familie mit Kindern, die sind ziemlich allein im Garten, also haben wirklich die Aussicht und den Blick für sich allein. Die haben einfach Ruhe bei uns. 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 Und dann finden wir die Clip-Güttemberg.